Schneller und kraftsparender arbeiten und dadurch Akkuladung einsparen. Diese Eigenschaften zeichnet das neue Akkutop-Sortiment von KWB Germany aus. Das Zusammenspiel von Material und Ergonomie sorgt für einen regelrechten Leistungsschub und ermöglicht eine Zeitersparnis von bis zu 35% im Vergleich zu handelsüblichen Zubehör. Diese Technik verlängert die zur Verfügung stehende Arbeitszeit deutlich und ermöglicht so bis zu 35% mehr Bohrungen und Schnitte mit einer Akkuladung. Durch den Einsatz von patentierter Spanabfuhr, hochwertigen Metallqualitäten, sorgfältigen Anschliffen und optimierter Werkzeuggeometrie arbeitet sich das Akkutop-Zubehör butterweich durch die unterschiedlichsten Werkstoffe. Optimierte Materialstärke und reduziertes Gewicht ohne Stabilitäts- und Leistungsverlust verringern zusätzlich den Kraftaufwand für die Akkumaschine und verlängern gleichzeitig die Nutzungsdauer eines Akkus. Holen Sie das Maximum aus Ihrer kabellosen Maschine mit dem neuen Akkutop-Sortiment von KWB Germany.